In Rebix besteht die Möglichkeit, dass Sie Ihren Bildschirm freigeben und mit anderen teilen. Dies ist nützlich, um beispielsweise PowerPoint-Präsentationen sowie Videos zu zeigen oder einen Workflow in einem Programm vorzuführen. Um eine Freigabe zu starten, klicken Sie hier unten auf Freigeben. Nun können Sie auswählen, was genau Sie freigeben möchten. Links finden Sie die Option, Ihren gesamten Bildschirm freizugeben. Die TeilnehmerInnen sehen dann also im Grunde alles, was Sie auch sehen. Achtung! Vor allem bei kompletten Bildschirmfreigaben besteht die Gefahr, dass Sie versehentlich sensible Inhalte zeigen. Dazu zählt zum Beispiel die Vorschau eingehender Mails in den Windows-Benachrichtigungen. Tendenziell empfiehlt es sich also eher, Fensterfreigaben zu machen. Diese finden Sie hier. Über Fensterfreigaben können Sie die Freigabe auf ein einzelnes geöffnetes Fenster reduzieren. Andere Inhalte sind da nicht zu sehen. Sie können hier beispielsweise einen Browser, einen Videoplayer oder eine andere Software zeigen. Hier oben stellen Sie ein, ob die Freigabe für Text und Bilder, für Bewegung und Videos oder automatisch optimiert werden soll. Möchten Sie außerdem Ihren Gerätton übertragen, müssen Sie diesen Button aktivieren. Sie können über den Reiter Datei auch explizit eine Datei freigeben. Beispielsweise für PowerPoint-Präsentationen bietet Webex dann diverse Komfortfunktionen, wie dass Sie Folien über Webex wechseln können und PowerPoint nicht geöffnet haben müssen. Diese Komfortfunktionen müssen allerdings für bestimmte Dateitypen extra installiert werden. Außerdem stellt Webex Ihnen ein digitales Whiteboard zur Verfügung, welches Sie hier freigeben können. Zu Demonstrationszwecken geben wir hier mal dieses Fenster der Windows-Fotos-App frei, in der ein Bild geöffnet ist. Sie gelangen in gewähltes Fenster und die anderen TeilnehmerInnen sehen dieses nun auch. Der orangene Balken oben im Bild zeigt an, dass Sie gerade etwas freigeben. Bewegen Sie Ihre Maus über den Balken, öffnet sich im Grunde die Menüleiste, welche Sie sonst unten im Meeting-Fenster finden, in leicht komprimierter Form. Außerdem können Sie hier die Freigabe beenden, weitere Fenster freigeben, das Kommentieren der Freigabe starten und vieles mehr. Geben Sie etwas frei, können auch andere TeilnehmerInnen das Kommentieren erbitten. Es erscheint dann eine Anfrage auf Ihrem Bildschirm. Erlauben Sie einer Person das Kommentieren, kann diese für alle sichtbare Anmerkungen vornehmen. Auch Ihnen selbst stehen hier diverse Tools zur Verfügung, um die Freigabe zu kommentieren. Als GastgeberInnen können Sie die kommentierte Freigabe schließlich auch als Bild speichern. TeilnehmerInnen dürfen das nur, wenn Sie es Ihnen erlaubt haben. Dazu gleich mehr. Grundsätzlich können alle TeilnehmerInnen Ihren Bildschirm freigeben, wenn Sie Ihnen das erlauben. Während eines Meetings finden Sie die entsprechende Option normalerweise in der Menüleiste unter Teilnehmer. Entfernen Sie jedoch hier das Häkchen, dürfen nur noch MitgastgeberInnen und ModeratorInnen freigeben. Mehr dazu im Video zur Teilnehmerliste und den Rollen von Webex. Achtung! Die hier gezeigte Auswahlmöglichkeit, jeder kann freigeben, kann wiederum selbst deaktiviert werden. Sie ist dann hier nicht mehr zu sehen. Das entsprechende Häkchen finden Sie bei der Planung eines Meetings in der Web-Oberfläche von Webex unter Erweiterte Optionen Anzeigen und dort ganz unten bei den Teilnehmerprivilegien. Entfernen Sie hier das Häkchen, wird die Funktion Jeder kann freigeben vollständig deaktiviert und es können eben nur noch MitgastgeberInnen und ModeratorInnen freigeben. Dies empfiehlt sich insbesondere für größere Veranstaltungen wie Vorlesungen. Sie sehen hier auch weitere Teilnehmerprivilegien, wie das Speichern, Drucken und Kommentieren. Hier entscheiden Sie, ob TeilnehmerInnen freigegebene Inhalte als Bild speichern bzw. drucken oder ungefragt kommentieren dürfen. Wir empfehlen außerdem die Option Remote-Steuerung einer Anwendung eines Web-Browsers oder Desktops zu deaktivieren. Ist diese aktiviert, besteht die Möglichkeit, dass Sie TeilnehmerInnen während einer Freigabe gestatten, die Kontrolle über Ihre Maus zu übernehmen, wenn Sie das möchten. Möchten Sie TeilnehmerInnen einfach eine Datei zukommen lassen, geht das nicht über den Chat, sondern über einen Dateitransfer. Dazu klicken Sie in der Menüleiste oben auf Datei, Transfer. Es öffnet sich ein Fenster, in dem Sie nun auf Datei freigeben klicken können. Suchen Sie die gewünschte Datei auf Ihrem Computer und klicken Sie auf Öffnen. Solange nun bei Ihnen dieses Dateitransferfenster geöffnet ist, ist es auch bei allen TeilnehmerInnen geöffnet und diese können sich die Datei herunterladen. Schließen Sie das Fenster, schließt es sich auch bei den anderen und die Datei ist nicht mehr verfügbar. Vielen Dank.